Den Samstag vor Pfingsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verbinden die allermeisten Priester zumindest im Erzbistum Paderborn mit dem Tag ihrer eigenen Priesterweihe. Traditionell findet nämlich an diesem Tag im Hohen Dom zu Paderborn die Priesterweihe statt. Bei mir ist das in diesem Jahr 23 Jahre her. Damals 1997 hätte ich niemals über einen 11. September nachgedacht, über einen Tsunami, den Klimawandel oder über die aktuelle Corona-Pandemie. Im heutigen Tagesevangelium an Pfingstsamstag im Evangelium bei Johannes, da geht es um eine sehr persönliche Frage von Petrus an Jesus. Petrus möchte nämlich wissen, was mit dem Jünger sein wird, zu dem Jesus eine besondere Beziehung hatte. Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht dich das an? Du aber folge mir nach. Da ist er, dieser kalte Waschlappen in Form einer kurzen und knappen abbügelnden Antwort. Petrus ist mit seiner Neugier gescheitert und bekommt von Jesus eine Antwort, die ihm vor versammelter Mannschaft wohl so richtig peinlich war. Aber so ein wenig kann ich Petrus verstehen, denn wenn ich die Möglichkeit vor 23 Jahren gehabt hätte, ich hätte Jesus wohl auch gefragt. Werde ich glücklich sein in meinem Beruf? Werde ich in Anführungsstrichen erfolgreich? Werde ich mich entfalten können? Werde ich die Zeichen der Zeit erkennen? Und vor allem werde ich die Stimme Gottes in mir hören, um seinen Weg zu erkennen? Und dann kam er bei mir, dieser kalte Waschlappen auf all meine Fragen ein Jahr nach der Priesterweihe. Ein Schlaganfall, der mich von 180 auf 0 ausbremste. Rollstuhl, drei Monate Rehabilitation und eine Entlassung am Rollator mit der Bemerkung, Herr Eickelmann, Sie sind austherapiert. Lange Zeit danach habe ich Jesus genau immer wieder diese Frage gestellt. Herr, was wird jetzt aus mir? Die Antwort kennen Sie. Was geht dich das an? Du aber folge mir nach. Sicherlich könnte ich ihn auch fragen, warum ich mit 28 Jahren aus heiterem Himmel einen Schlaganfall bekomme, warum er mich vorab nicht informiert, geschweige denn um Erlaubnis gefragt hat. Eine richtige Antwort, die ist er mir bis heute schuldig geblieben, aber ganz ehrlich, ich möchte sie auch heute nicht mehr haben. Ich habe in diesen Jahren ein Wort Leben gelernt, Vertrauen. Gib deine ständige Kontrolle auf. Hör das lästige Fragen nach Dingen auf, die dich nichts angehen und vertraue dich endlich meiner Liebe und Führung an. Folge mir nach und sei dir gewiss, ich meine es unendlich gut mit dir. Heute, am Pfingstsamstag 2020, gibt es weiter offene Fragen, aber ich stehe jetzt und heute da, wo ich vor 23 Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht ohne Gottes Wirkung hingegangen wäre. Ich habe in meiner ersten Vekarenstelle in Schloss Neuhaus von einer alten Frau ein Gebet gelernt, das ich bis dahin nicht kannte. Ein Gebet von Bernhard Bartmann. Ich weiß, dass du mein Vater bist, in dessen Arm ich wohl geborgen. Ich will nicht fragen, wie du führst, ich will dir folgen ohne Sorgen. Gäbest du in meine Macht mein Leben, dass ich selbst es wende, ich lege den kindlichem Vertrauen es nur zurück in deine Hände. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.